Vielen Dank, ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank nochmal für die Einladung an den Organisator, die Organisatorin. Das Thema heute, Governmentalität und Kritik des Neoliberalismus, in der sehr netten Vorstellung klang gerade schon an, was mich alles so interessiert. Die meisten Dinge bewegen sich so in einem Dreieck, dessen Eckpunkte das Werk von Michel Foucault ist, der Neoliberalismus und Europa oder die Europäische Union. Und ich wollte Ihnen eigentlich ein Potpourri aus all diesen drei Gebieten, die ja durchaus sehr viele Verweisungszusammenhänge haben, präsentieren. Ich glaube aber, aus zeitlichen Gründen sparen wir den europäischen Aspekt aus. Vielleicht ist ja auch eh alles Schnee von gestern bald. Von daher schauen wir mal, dass wir zunächst nur über Governmentalität und Neoliberalismus sprechen. Das hier ist der Überblick. Sie können mich gut hören, nehme ich an, oder? Genau, okay. Also, Foucault und die Geschichte der Gouvernmentalität. Ich will Ihnen erst kurz ein bisschen vorstellen, diese Perspektive, weil das Unterthema der Vorlesungsreihe, oder wir sind jetzt in der Sektion Neu, Modi der Kritik, also will ich Ihnen erst mal kurz diesen Analyserahmen vorstellen. Die Gouvernmentalitätsperspektive, die von Foucault entwickelt wird am Ende der 70er Jahre, ich will es ganz kurz so ein bisschen ins Foucault'sche Werk einordnen, aber keine Angst, es wird wirklich sehr, sehr kurz sein und Ihnen aber dann ein bisschen was über die Konzeption tatsächlich erzählen, die Implikationen auch, die da drin stecken in diesem Analyserahmen. Von da schauen wir uns dann den Neoliberalismus an, den Foucault als eine Gouvernmentalität in diesen Vorlesungen am Collège de France analysiert. Ich werde Ihnen noch mal meine Überlegungen dazu vorstellen, die decken sich in vielen Punkten, mit denen er es auch Foucault sagt, aber eben nicht in allen Punkten, und werde versuchen, Ihnen eine, sagen wir mal, Arbeitsdefinition des Neoliberalismus anzubieten. Das ist ein eher unangenehmer Begriff, wie viele von Ihnen vielleicht auch finden, und deswegen ist es wichtig, dass wir da auf jeden Fall so eine Geschäftsgrundlage haben. Und dann geht es darum, neoliberal regieren und regiert werden. Und da geht es dann wirklich um die Foucault-Perspektive auf den Neoliberalismus, das ist nämlich die Frage, wie neoliberal regiert wird und wie wir neoliberal regiert werden. Da geht es in erster Linie mal um Subjekte und wie gesagt, wenn wir mehr Zeit hätten, dann würde ich auch über politische Ökonomien sprechen, nämlich europäische politische Ökonomien, die im Gefolge der Staatsschuldenkrise und durch neue Governance-Strukturen auf eine bestimmte Art und Weise regiert werden. Aber vielleicht gibt es eine Möglichkeit, nochmal darauf zurückzukommen, vielleicht auch in eine Diskussion im Anschluss an den Vortrag. Und dann abschließend, das heißt neue Modi der Kritik, also müssen wir darüber sprechen, was für eine Art von Kritik wird hier formuliert. Und das ist ein sehr umstrittenes Thema von jeher im Zusammenhang mit Foucault. Ich werde Ihnen einige Überlegungen hier vorstellen, dann können wir darüber sprechen, ob das überhaupt irgendwas mit Kritik zu tun hat. Ich wandere immer mal so ein bisschen durch die Gegend, ich wandere in diese Richtung, weil hier die Kamera mich noch einfängt. Es ist nicht so, dass ich von Ihnen weit weg sein möchte. Aber wenn ich hierüber wandere, dann bin ich nicht im Bild, deswegen sehen Sie mir das nach, wenn ich in die Richtung eher wandere. Ich habe gedacht, wir fangen gleich mit einem Bild an. Wer weiß, wie viele noch kommen? Das ist Michel Foucault, 1926 bis 1984. Viele von Ihnen werden es kennen, werden ihn kennen. Französischer Philosoph, der insbesondere auch als Philosoph der Macht natürlich bekannt und berühmt geworden ist. Foucault selbst hat sein Gesamtprojekt mal beschrieben als eine Geschichte der Gegenwart, die geschrieben werden soll. Es gibt eine heiße Debatte darüber, ob das Werk von Foucault in unterschiedliche Phasen zu unterteilen wäre, die teilweise auch sich widersprechen oder ob es so eine Art Bildungsroman ist, wo Foucault sein Denk immer weiterentwickelt und alte Vorstellungen über Bord wirft. Foucault selbst hat behauptet, dass durch sein ganzes Werk eigentlich diese drei Achsen durchlaufen, nämlich die Achse des Wissens, die Achse der Macht, die Achse des Subjekts. Eine Achse steht manchmal mehr im Vordergrund als die andere, deswegen sind hier die verschiedenen Werke auch entsprechend zugeordnet, aber alle drei Achsen kommen immer in gewisser Art und Weise zur Geltung. Die erste Achse des Wissens, Wissen ist nicht gleichzusetzen mit Informationen, sondern da geht es um Wahrheitsregime, wenn man so will. Es geht um die Art und Weise, wie Wahrheit produziert wird in historisch variabler Art und Weise, auch in unterschiedlichen institutionellen Kontexten. Das ist ein Komplex, den Foucault interessiert, denn natürlich die Frage von Machtregimen, wie Macht funktioniert, wie Macht ausgeübt wird und das ist natürlich auch ein Punkt, der im Mittelpunkt stehen wird in den folgenden Ausführungen. Und dann noch die Frage des Subjekts und da geht es um Subjektivierungsregime, also die Art und Weise, wie unterschiedliche Arten von Subjekten produziert werden. Und Sie werden sehen, wenn es um die Gouvernmentalität geht, tauchen all diese drei Achsen auch tatsächlich wieder auf. Das nur einfach so kurz zur Einordnung. Die Vorlesungen zur Geschichte der Gouvernmentalität, um die es gleich drehen wird, finden statt 1978, 79, also in so einer kreativen Lücke, sagen wir es mal so, zwischen 1976 und 1984, wo keine Bücher von Foucault erscheinen. Und in gewisser Weise ist es auch ein Versuch, quasi die Machtanalyse aus diesen früheren Werken, die Sie vielleicht besser kennen, überwachen und strafen und der Wille zum Wissen, Sexualität und Wahrheit eins, ach so, ist schon weg. Aber ich sehe es noch, ich lese es Ihnen einfach alles vor. Es ist der Versuch, hier was weiterzuentwickeln. Ich rede einfach mal fröhlich weiter und wir warten, was passiert. Ich erzähle Ihnen erstmal, was denn der Einsatz ist quasi in dieser Idee der Geschichte der Gouvernmentalität. Das sind zwei Punkte, die hier von Bedeutung sind. Einmal ist es ein neues Begriffsinstrumentarium, das verwandt wird, um Machtverhältnisse zu analysieren. Davor, vor diesen Vorlesungen, das sieht doch ganz gut aus eigentlich, hat der Foucault über Macht gesprochen, vor allem in militärischen Metaphern. Es ging um Strategien, Taktiken, Kräfte und Mächte. Und darüber hinaus ist der Begriff der Disziplin hier von zentraler Bedeutung. Wie gesagt, wenn Sie sich schon ein bisschen mit Foucault vertraut gemacht haben, dann wird Ihnen vor allem der Begriff der Disziplin vermutlich irgendwas sagen. Und nun wird eine neue Begrifflichkeit hier eingeführt zur Analyse der Machtverhältnisse. Und das sind Begriffe wie Regieren, Regierung und Führung, also Conduit und Gouverneur. Ah, okay, jetzt sind wir hier drüben. Alles klar. Das ist die eine Neuigkeit, die es gibt, tatsächlich ein neues Begriffsinstrumentarium. Und wir werden gleich noch sehen, warum Foucault glaubt, dass es sinnvoll ist, zu versuchen, Machtverhältnisse in diesen Begrifflichkeiten zu fassen. Das bedeutet nicht, dass alle anderen Begrifflichkeiten über Bord geworfen werden. Es ist quasi eine Anreicherung des Begriffsapparates, wenn Sie so wollen. Die Disziplin wird quasi nicht verabschiedet, aber nun haben wir auch nochmal eine Dimension, wo Machtverhältnisse als Regierungsverhältnisse verstanden werden sollen oder als Führungsverhältnisse, wenn Sie so wollen. Und die zweite große Neuerung ist, dass zum ersten Mal in Foucault's Werk der Staat tatsächlich explizit zum Gegenstand der Analyse wird. Und eben nun gerade mit diesem Begriffsinstrumentarium auch in den Blick genommen werden soll. Zuvor hieß es immer, die Macht muss dezentral analysiert werden und der Staat war quasi bewusst ausgespart. Es ging um Mikrophysik der Macht, wie es dann hieß, und Mikropraktiken auch der Macht. Und nun soll also zum ersten Mal in gewisser Weise mit dieser Geschichte der Gouvernmentalität auch die Geschichte des Staates oder eine andere Geschichte des Staates eigentlich erzählt werden. Und der Staat soll hier eben nicht als Ausgangspunkt dienen, sondern es sind bestimmte Regierungspraktiken, über die Foucault versucht, sich dem Staat zu erschließen. Und da sind wir eben auch schon bei diesem Begriff der Gouvernmentalität, der zugegebenermaßen ein bisschen unhandlich ist, und ich werde auch noch zwei, dreimal drüber stolpern heute, ich bin mir relativ sicher. Und die Frage ist natürlich, was ist das für ein Begriff, was ist das für ein Neologismus, warum soll man das verwenden? Zunächst mal, es hat nichts mit Mentalität zu tun, obwohl es naheliegt, wenn man es so hört. Der Begriff ist abgeleitet vom Gouvernmental, also die Regierung betreffend, oder Regierungsbindestrich, Bindestrich, was im Gegensatz zu souverain steht, also souverän. Und das sagt Ihnen schon, dass Foucault versucht, eine Analyse des Staates zu leisten, die nicht als Ausgangspunkt beispielsweise staatliche Souveränität wählt, sondern eben tatsächlich Praktiken des Regierens. Und das ist jetzt auch noch ein bisschen ungenau gesprochen, weil es geht, wie hier auch steht, eine Umschreibung von Foucault darüber, was die Gouvernmentalität ist oder auch Regierungsweise, wäre ein anderes Synonym, ist die reflektierte Praxis des Regierens. Und das scheint mir nun ein entscheidender Einsatz tatsächlich zu sein, die reflektierte Praxis des Regierens. Und davon gibt es eben tatsächlich im zeitlichen Ablauf, wenn Sie so wollen, eine ganze Geschichte, die Foucault zurückverfolgt bis in das späte Mittelalter, die frühe Neuzeit, also im 16. Jahrhundert so in etwa, und dann sich unterschiedliche Gouvernmentalitäten anschaut und analysiert, bis hin zu Staatsräson, Polizeistaat, Mercantilismus, Physiokratie, Liberalismus und dann zuletzt eben deutscher Ordoliberalismus und amerikanischer Neoliberalismus, wie es bei Foucault heißt. Das ist eine Interpretation. Es gibt Leute, die sagen, einige ist nur neoliberales Regieren, die Gouvernmentalität. Ich bin aber der Meinung, dass die Interpretation doch passende ist, Gouvernmentalität, sehen Sie, tatsächlich generisch zu interpretieren und zu sagen, es gibt unterschiedliche Gouvernmentalitäten tatsächlich und Regierungsweisen. Und die Neoliberale ist nur eine davon. Also, was ist nun gewonnen mit diesem Begriff reflektierte Praxis? Ich würde sagen, es ist die Verzahnung, vereinfacht gesagt, von einer Analyse der Theorie und der Praxis des Regierens. Es geht darum, die tatsächlichen Praktiken des Regierens zusammenzubringen mit den Reflexionen über das Regieren. Für Foucault stellt sich so dar, dass nicht einfach so regiert wird. Zunächst muss es erst mal eine Reflexion darüber geben, was überhaupt zu regieren ist. Und das klingt wie eine sehr triviale Frage, ist es aber überhaupt nicht, um Ihnen sofort ein Beispiel zu geben, quasi für die Verschiebung von einer Regierungsrationalität, und da haben Sie die nächste Unterscheidung, zu anderen ist ein Beispiel, das Foucault auch selbst behandelt. Es ist die Verschiebung von dem Objekt der Regierung, des Territoriums nämlich, ein Territorium, das in irgendeiner Art und Weise regiert werden muss, hin zur Bevölkerung. Also ungefähr um die Wende zum 19. Jahrhundert, auf der Grundlage unter anderem von der Entwicklung von wissenschaftlichen Disziplinen, stellt man fest, es gibt so etwas wie eine Bevölkerung, es gibt lebende Menschen in großer Zahl, die zum Beispiel eine gewisse Sterblichkeitsrate aufweisen, eine gewisse Geburtenrate, Krankheitsraten, Verteilungen in der Bevölkerung etc., eine gewisse Produktivitätsrate auch tatsächlich. Und nun verschiebt sich quasi der Fokus des Regierens, laut Foucault jedenfalls, von der Regierung des Territoriums auf die Regierung der Bevölkerung. Und das sagt Ihnen, das ist keine triviale Frage, was überhaupt regiert werden soll, die Reflexion darüber, aber daran geknüpft sind natürlich auch andere Fragen. Wenn klar ist, was regiert werden soll, ist die Frage, wie soll es regiert werden? Und wie wird es regiert in der besten Art und Weise? Was sind überhaupt die Kriterien für gutes Regieren und für besseres Regieren? Ist es gerechtes Regieren oder effizientes Regieren beispielsweise? Und Foucault glaubt, dass Praktiken des Regierens tatsächlich immer schon eingebunden sind in diese Reflexionen, beziehungsweise die Reflexionen fließen ein in gewisser Art und Weise in die tatsächlichen Regierungspraktiken. Bestimmte Probleme werden dadurch gelöst, andere eben auch nicht, neue Probleme entstehen. Und so gibt es eine Rückverweisung von der Ebene der Praxis hin zur Ebene der Reflexion, sodass sie eine beständige Zirkulation haben zwischen diesen beiden Polen. Und typischerweise haben wir eine strikte Trennung zwischen Theorie und Praxis oder die werden öfter mal oder eher mal getrennt behandelt. Und bei Foucault gibt es, glaube ich, tatsächlich diese Verzahnung. Das scheint mir einer der wichtigsten Einsätze zu sein, dieses Begriffs der Gouvermentalität systematisch diesen Zusammenhang zu betrachten und sich quasi genau in der Mitte zu positionieren und eine Geschichte zu schreiben, die nicht eine empirische Geschichte der tatsächlichen Regierungspraktiken ist und aber gleichzeitig auch keine reine intellektuelle Geschichte von Reflexionen, sondern versucht genau dazwischen sich anzusiedeln, tatsächlich quasi an der Schnittstelle zwischen diesen beiden Ebenen. Und dann sind wir schon, ich habe schon den Begriff gebracht, eine zweite Unterscheidung, die hier von Bedeutung ist, ist die von Rationalitäten und Technologien des Regierens. Eine Rationalität des Regierens, ich hatte es Ihnen gerade schon gesagt, da geht es um die Frage, was überhaupt regiert werden soll. Da geht es auch darum, möglicherweise auch erst mal den Gegenstand von Regierung zu konstruieren auf eine bestimmte Art und Weise. Es geht um eine bestimmte Logik des Regierens, die sich verändern kann, eben über die Zeit hinweg und dementsprechend eben diese unterschiedlichen Gouvernmentalitäten. Und Sie können sich vorstellen, oder es gibt natürlich auch ein Verhältnis oder eine Verweisung von Rationalitäten zu Technologien. Sie regieren natürlich im Territorium ganz anders, als eine Bevölkerung beispielsweise regieren würden. Das bedeutet, je nachdem, was für eine Regierungsrationalität wir zugrunde legen, bieten sich auch bestimmte Techniken oder Technologien. Da gibt es keine strikte Unterscheidung bei Foucault an, um die entsprechende Regierungspraxis eben dann auch umzusetzen. Dann haben wir noch einen Punkt, der hier von großer Bedeutung ist. Ich hatte es Ihnen versprochen, die verschiedenen Achsen tauchen immer wieder auf bei Foucault. Und das ist die Frage des Wissens. Natürlich, wenn irgendwas regiert werden soll, ist es hilfreich, Wissen über dieses Objekt zu generieren. Und das zeigt Ihnen, dass eine organisierte Wissensproduktion, wissenschaftliche Wissensproduktion von größter Bedeutung für Regierung ist. Ich will Ihnen nur ein Beispiel geben. Und da sehen Sie auch schon, dass die Gegenstände des Regierens in gewisser Weise auch immer Konstruktionen sind. Also eine Bevölkerung, ich hatte es Ihnen gesagt, mit den verschiedenen Raten und so weiter, ist natürlich in gewisser Weise eine statistische Produktion, eine Produktion auf der Basis von statistischem Wissen. Denken Sie an so eine Vorstellung, die für uns ganz selbstverständlich ist. Was könnte man regieren? Natürlich kann man eine Wirtschaft regieren, man kann eine Ökonomie regieren. Aber die Voraussetzung dafür ist natürlich, dass wir erstmal eine Art von organisierten Wissensproduktion über sowas wie eine Ökonomie haben. Was ist eine Ökonomie? Was ist eine Wirtschaft? Wo sind die Grenzen zwischen Wirtschaft und anderen gesellschaftlichen Sphären? Was messen wir, wenn wir eine Gesellschaft untersuchen? Sind es Ströme beispielsweise oder können sie auch anders konzeptionalisiert werden? Und da sehen Sie, dass die Wissensproduktion und wie gesagt, das ist nicht einfach nur Informationen, die gesammelt werden, sondern tatsächlich die Möglichkeit, wahre Sätze über irgendwas zu sagen, von sehr großer Bedeutung ist, um es vorsichtig auszudrücken, für eine bestimmte Regierungsweise. Letzter Punkt und dann sind wir auch schon durch die schwierigsten Punkte durch, hoffentlich. Fremdführung und Selbstführung. Und da glaube ich, steckt nun auch noch mal ein großer Einsatz drin und in gewisser Weise die Antwort auf die Frage, warum denn dieses Vokabular nun Verwendung findet, der Führung und der Regierung. Der Punkt ist einfach der, dass Sie die Möglichkeit haben, diese Begriffe transitiv und auch reflexiv zu verwenden. Also es gibt die Möglichkeit der Selbstführung, aber es gibt auch die Möglichkeit der Fremdführung. Wir können uns selbst regieren, wir können versuchen, andere zu regieren. Und was Foucault interessiert, ist tatsächlich der Punkt, wo diese beiden Führungen aufeinandertreffen. Der Versuch, andere zu führen, mit unserer Art und Weise uns selbst zu führen. Und das ist deshalb spannend für Foucault, weil er der Meinung ist, dass Regierungsverhältnisse nie ausschließlich Gewalt- oder Zwangsverhältnisse sind. Das bedeutet, das ist tatsächlich relational. Das bedeutet, wir können uns verhalten zu einer bestimmten Art und Weise, wie wir regiert werden sollen. Das gibt also Bewegungsspielraum in gewisser Art und Weise. Das bedeutet aber gleichzeitig, aus der Regierungsperspektive ist es natürlich wichtig, dass es eine hinreichende Übereinstimmung gibt zwischen einer bestimmten Rationalität des Regierens, die sich ihren Gegenstand auch auf eine gewisse Art und Weise vorstellt und der Art und Weise, wie wir uns selbst tatsächlich verhalten. Ich gebe Ihnen wieder ein Beispiel. Es geht um die Regierung von Bevölkerung, sagen wir mal, und dann ist natürlich die Frage, wie stellen wir uns die einzelnen Mitglieder dieser Bevölkerung vor? Man kann sich diese Menschen so vorstellen, dass sie vor allem getrieben sind von Leidenschaften und Interessen. Vorstellungen, die sie im 18. oder auch noch im frühen 19. Jahrhundert beispielsweise finden. Diese Menschen muss man anders regieren, wenn man sie effizient regieren will, als wenn wir Menschen haben, die wir konzeptionalisieren als Präferenzbündel, die rational ihren Nutzen maximieren. Stichwort Homo economicus, der wird uns nochmal begegnen im Zusammenhang mit dem Neoliberalismus. Denen kann man ganz anders regieren. Denen können sie über Anreize regieren. Das ist auf jeden Fall eine der effizientesten Techniken quasi der Handlungsbeeinflussung, wenn Sie so wollen, ohne Zwang auszuüben natürlich. Anreize zu setzen bedeutet nicht, Zwang auszuüben. Aber da sehen Sie, wie wichtig es ist, dass es eine hinreichende Übereinstimmung gibt zwischen diesen Vorstellungen und der Art und Weise, wie wir uns selbst verhalten. Wenn wir uns nicht wie rationale Nutzen maximiere verhalten und nicht auf Anreize ansprechen, dann gibt es ein Problem aus Regierungsperspektive. Um es jetzt mal so ganz funktionalistisch zu sagen, aber Sie sehen auch natürlich gleich, dass hier politisch durchaus was zu holen ist, weil das Bedingen bietet natürlich die Möglichkeit von Widerstand gegen eine bestimmte Art und Weise regiert zu werden. Und dazu müssen Sie nicht gleich die Bewaffnete Revolution ausrufen und auch nicht den Staat stürmen, sondern es reicht eigentlich eine gewisse Art regiert zu werden, zurückzuweisen und sich nicht so regieren zu lassen. Und Foucault spricht in dem Zusammenhang von Gegenverhalten, von, ich glaube, freiwilliger Entunterwerfung ist, glaube ich, ein weiterer Begriff. Aber das ist natürlich ein wichtiger Punkt, auch gerade wenn es darum geht, wo hier möglicherweise kritische Potenziale zu finden sind in diesem Analyserahmen, den ich Ihnen hier hoffentlich hinreichend erläutert habe. Wir wechseln kurz die Szenerie und spielen das jetzt Ganze nicht über die verschiedenen Regierungsrationalitäten bis hin zum Neoliberalismus durch. Da kommen wir gleich darauf zurück. Ich möchte Ihnen aber zunächst kurz ein paar Überlegungen einfach darstellen, vorstellen zur Frage, was denn nun Neoliberalismus ist. Jetzt noch gar nicht so fukulianisch interpretiert als Regierungsweise, sondern zunächst einfach mal die Frage, was fangen wir mit diesem Begriff an? Weil es einfach, Sie sehen es hier, ein extrem unbequemer Begriff ist. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber die meisten Leute, also ich mache es ja nun schon einige Jahre und man sagt immer, ja, ich arbeite zu Neoliberalismus und dann alle Leute immer so, oh Gott. Weil es ist einfach ein sehr stigmatisierter Begriff tatsächlich und vielleicht auch gar nicht zu Unrecht, weil es ist ja auch, es ist ja tatsächlich so, dass es eine recht bizarre Konstellation ist. Sehen Sie, es gibt ja niemanden, der von sich selbst sagt, ich bin Neoliberal. Wenn Sie jemanden kennen, bitte schicken Sie zu mir, ich will mit den Leuten sprechen und das muss für den Nachweis festgehalten werden. Aber ich kenne niemanden, der das sagt. Das ist ein Begriff, der ausschließlich zur Fremdbezeichnung verwendet wird und meistens eben auch mit abwertenden Intentionen. Man sagt, das ist eine neoliberale Position, wenn man sie quasi in die marktradikale Ecke stellen will. Und aufgrund dieser polemischen Aufladung, nicht zuletzt aufgrund dessen, aber auch deshalb, weil niemand so ganz genau weiß, was denn nun Neoliberalismus ist, gibt es in regelmäßigen Abständen immer wieder die Forderung, man soll doch endlich diesen Begriff verabschieden und sich davon lösen. Das würde doch alles nichts bringen und so. Und gleichzeitig haben wir aber von der anderen Seite aber eine Konstellation, dass die Kritiker und Kritikerinnen des Neoliberalismus der Meinung sind, dass der Neoliberalismus seit 40 Jahren eigentlich einen globalen Siegeszug feiert. Und da sehen Sie, das ist eine sehr verworrene Konstellation. Und ich will Ihnen jetzt gar nicht meine ganzen Gedanken dazu schildern, weil Sie können sich vorstellen, man muss sich dann irgendwie was zurechtlegen, warum das immer noch Sinn macht. Ich glaube aber tatsächlich, dass es sinnvoll ist, mit dem Begriff nach wie vor zu arbeiten. Nicht zuletzt deshalb, weil vieles, was wir über Neoliberalismus sagen müssen, was problematisch ist, natürlich in gleicher Weise für Liberalismus gilt oder für Sozialismus oder für Konservatismus. Auch das sind keine rein analytischen Begriffe. Auch da haben Sie die fehlende Trennschärfe und von daher entweder wir werfen all diese Gattungsbegriffe über Bord, würde ich sagen, oder wir müssen uns mit solchen unbequemen Begriffen ins Benehmen setzen. So ist denn möglich, irgendeine Art von Definition zu bieten, weil das ist ja nun noch nicht geleistet. Und das will ich versuchen, Ihnen zu bieten und zwar auf folgende Art und Weise. Ich glaube, der sinnvollste Weg, sich den Begriff zu erschließen, das Projekt, das er bezeichnet, zu erschließen, ist eine Rekonstruktion der Entstehungsbedingungen des Neoliberalismus. Und sich anzusehen, was denn mit Neoliberalismus von denen gemeint war, die sich für eine relativ kurze Zeit eingestandenermaßen, aber für eine relativ kurze Zeit tatsächlich als Neoliberale bezeichnet haben. Gab es nämlich mal, ist schon lange her. Aber ich glaube, da lohnt es sich anzusetzen. Und das führt uns zurück in die Zwischenkriegszeit des 20. Jahrhunderts und in der Zeit, in der der Neoliberalismus geboren wird, quasi aus der Krise des Liberalismus. Und wenn man so ein bisschen theatralisch zuspitzen will, sagt man, der Neoliberalismus als Projekt wird geboren beim sogenannten Kolok Walter Lippmann, das 1938 in Paris stattfindet, wo einige führende Neoliberale der ersten Generation zusammenkommen. Und dann in den Protokollen dieses Treffens findet sich zum ersten Mal der Begriff des Neoliberalismus als Bezeichnung für eine geteilte politisch-intellektuelle Agenda. Und nun muss man sich natürlich fragen, was ist damit bezeichnet denn? Was ist denn diese Agenda? Und wie gesagt, ich glaube, als erstes muss man festhalten, das ist eine Reaktion. Der Neoliberalismus ist eine Reaktion auf die Krise des Liberalismus, die auch so, ich glaube, so von niemandem so wirklich bestritten wird, glaube ich, für diese Zeit. Die Phänomene sind einfach zu vielfältig, als dass man das so richtig bestreiten könnte. Also beginnend mit dem Ersten Weltkrieg, Kriegswirtschaft, vielfach Planwirtschaft in vielen Fällen, Weltwirtschaftskrise und die Reaktion darauf, beispielsweise der New Deal in den USA, darüber hinaus Aufstieg des Keynesianismus im Laufe der 30er Jahre vor allem und dann natürlich die Existenz eines sowjetkommunistischen Regimes, auch insgesamt der Kommunismus quasi als eine eher, sagen wir mal, illiberale politische Kraft und dann auf der anderen Seite natürlich Faschismus und Nationalsozialismus als extrem illiberale politische Kräfte. Und wenn man das alles zusammennimmt, dann haben sie tatsächlich ein liberales Krisensyndrom und ich glaube, es ist auch nicht zu alarmistisch damals gewesen, von der Krise des Liberalismus zu sprechen. Darauf muss reagiert werden, da sind sich die Neoliberalen einig und die Frage ist natürlich, wie? Und der erste Schritt ist ein selbstverständlicher. Es geht um eine Revitalisierung bestimmter liberaler Vorstellungen gegen den illiberalen Zeitgeist. Aber, und das ist nun, glaube ich, der entscheidende Schritt und dadurch wird eben natürlich auch alles kompliziert, die Grundlage dafür, und soweit besteht Konsens, muss eine Revision auch der liberalen Agenda sein, eine kritische Durchsicht und Revision dieser liberalen Agenda. Der Niedergang des Liberalismus hat nicht nur was mit externen Faktoren zu tun, sondern auch mit internen Fehlentwicklungen. Was genau die sind? Darüber gibt es schon keinen so großen Konsens mehr, weil manche sagen, der Liberalismus hat sich zu sehr sozial demokratisiert in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Andere würden sagen, und das ist zu jener Zeit tatsächlich die vorherrschende Meinung, würden sagen, dass das Problem eigentlich eher in der Radikalisierung und der Vulgarisierung des Liberalismus besteht, nämlich in Richtung von der Maxime und der vergleichsweise einfachen Maxime Laissez-Faire und Laissez-Allez. Nicht-Interventionsstaat, der Nachtwächterstaat von Lesal und von Lasal, wie Sie es nennen wollen, oder Minimalstaat. Und auch das wird als Fehlentwicklung angesehen tatsächlich in der liberalen Tradition und davon gibt es eine starke Distanzierung. Und darauf wird nochmal zurückzukommen sein, weil das, glaube ich, tatsächlich eine wichtige Weichenstellung ist. Das bedeutet aber, Sie haben auf jeden Fall erstmal eine Formel, wo man sagen muss, Neoliberalismus ist eine Reaktion auf Krise des Liberalismus. Es geht um eine Revitalisierung des Liberalismus auf der Grundlage von einer kritischen Revision. Das bedeutet, es ist kein restauratives Projekt. Es geht nicht darum zu sagen, wir gehen zurück zu Adam Smith, weil der hatte schon die fundamentalen Einsichten und die müssen wir nur einfach wiederentdecken. Es geht um eine Modernisierung des Liberalismus. Um Liberalismus, der ist tatsächlich die intellektuelle Auseinandersetzung, sowohl mit Keynesianismus als auch beispielsweise mit kollektivistischen Vorstellungen aufnehmen kann. Und das können Sie nicht alleine auf der Grundlage von Adam Smith. Und in dem Sinn ist eben der Begriff Neoliberalismus gar nicht so schlecht gewählt, weil es tatsächlich um eine Erneuerung des liberalen Denkens, um eine Modernisierung des modernen Denkens geht. So. Soweit die Formel. Das sagt uns natürlich noch nicht ganz so viel Substantielles, obwohl immerhin schon mal was gewonnen ist, glaube ich, damit. Aber ich glaube, es gibt tatsächlich noch einen konkreteren gemeinsamen Nenner und den kann man, glaube ich, dadurch ermitteln, dass man sich fragt, inwieweit denn das neoliberale Denken ein ökonomistisches Denken ist. Wo man sagt, es geht tatsächlich nur um Märkte und Ökonomie, die in so einer Art Vakuum bestehen, beziehungsweise die Vorstellung ist, dass sich Märkte einfach immer weiter ausdehnen oder ausdehnen sollen. Und in dem Sinn, Marktfundamentalismus klingt schon auch wieder ein bisschen polemisch, wobei es durchaus so Analogien zwischen neoliberalen Diskursen und religiösen Diskursen geht. Aber die Frage ist die des Ökonomismus. Und da würde ich nun eben sagen, die Pointe des Neoliberalismus ist, dass er nicht ökonomistisch ist. Denn wenn es überhaupt eine geteilte Überzeugung gibt unter den Neoliberalen, dann ist es natürlich, dass Märkte von fundamentaler Bedeutung für Gesellschaften sind. Also da gibt es sicherlich einen gemeinsamen Nenner und zwar funktionierende Märkte. Und da fangen natürlich schon die Schwierigkeiten an, was genau bedeutet funktionierende Märkte. Und noch spannender wird es, wenn Sie die nächste Frage dran knüpfen. Und das ist nun, glaube ich, das ist die Problematik, die geteilte Problematik des Neoliberalismus. Und das ist der gemeinsame Nenner. Die Frage ist, was sind die Bedingungen der Möglichkeit für funktionierende Märkte? Das ist die große Frage. Und da haben Sie ganz unterschiedliche Antworten. Aber ganz klar ist, für alle Neoliberalen, das verweist auf eine nicht ökonomische Sphäre. Das verweist auf nicht ökonomische Akteure, die diese Bedingungen herstellen müssen, wenn laissez-faire keine Option mehr darstellt. Das ist immer die Voraussetzung. Aber für die frühen Neoliberalen ist es keine Option. Das bedeutet, Sie sind sofort mit der Frage konfrontiert, was muss ein Staat machen, um Märkte zu ermöglichen, aufzubauen und auch zu erhalten. Welche Handlungen sind dem Staat erlaubt? Was sollte er tun? Was darf er auf keinen Fall tun? Was kann er tun? Welche Aufgaben fallen ihm zu? Wie muss dieser Staat intern strukturiert sein beispielsweise? Und natürlich wichtige Frage, wenn nicht vielleicht eine der schwierigsten Fragen für die Neoliberalen. Wie wird das alles verkompliziert dadurch, dass es ein demokratisch verfasster Staat ist? Das könnte ja alles nochmal sehr viel schwieriger machen. Aber es geht nicht nur um den Staat, es geht auch wirklich um die Frage, wie muss die Gesellschaft möglicherweise auch transformiert werden, um Märkte zu ermöglichen. Also von daher sicherlich große Marktsentrierung, aber gleichzeitig ist, glaube ich, die Pointe wirklich des neoliberalen Denkens, bin ich jedenfalls der Meinung, darüber hinaus zu verweisen. Und ich würde sagen, und das ist ein Projekt, an dem ich sitze gerade, dass es tatsächlich so etwas wie eine politische Dimension im neoliberalen Denken gibt, wenn nicht sogar so etwas wie eine politische Theorie. Aber das führt zu weit weg von dem, was ich Ihnen erzählen will. Trotzdem wollte ich Ihnen kurz auf jeden Fall mal erwähnt haben. Genau, wir haben Bilder, ein Glück. Danach kommen nicht mehr viele, ich muss Ihnen gleich sagen. Deswegen habe ich hier alle gleich draufgepackt. Nur damit Sie mal sehen, wie die alle aussehen, sind alles Männer. Und von Foucault kriegen Sie vor allem was zu hören über Walter Eucken, also der Spiritus Rector, würde man wohl sagen, der deutschen Orde-Liberalen, auf die gleich nochmal zurückzukommen sein wird. Über Wilhelm Röpke gibt es einiges zu hören, über Hayek ein kleines bisschen und vor allem über Jeremy Becker, der für mich aber so ein Grenzfall ist, der so für meine Definition von Neoliberalismus tatsächlich so an der Grenze ist. Das ist aber wie gesagt jetzt nicht die große Frage, weil wir befassen uns ja in erster Linie mit dem, was Foucault hierzu zu sagen hat. Von wem man überhaupt nichts hört, sind Leute wie Milton Friedman oder James Buchanan beispielsweise von Foucault. Aber das ist nun auch eine Frage, die uns nicht weiter beschäftigen soll. Sie sehen auch, als Neoliberaler wird man normalerweise unglaublich alt, außer Walter Eucken tatsächlich. Walter Eucken ist der Einzige, der früh gestorben ist. Sie sehen, alle anderen erfreuten sich fantastischer Gesundheit, was auch immer das bedeuten mag. Ja, so und damit sind wir beim neoliberalen Regieren und Schwenken jetzt quasi wieder zurück und fragen uns, was hat Foucault mit all dem am Hut oder was hat er damit angefangen. Zunächst muss man einfach mal Foucault kurz loben und also nicht, dass ich jetzt einfach nur Fan wäre, aber man muss ihn tatsächlich loben, weil er sich mit diesen Sachen befasst, zu einer Zeit, als es niemand sonst tut eigentlich. Also jetzt mal zugespitzt ausgedrückt. Aber sehen Sie, das ist ja 1978, 79. Das ist vor Thatcher und Reagan. Es gibt Chile schon, ja, als neoliberales Versuchslabor, aber darüber wird auch nicht groß nachgedacht, glaube ich, in der linken, in der intellektuellen Welt, der OECD-Welt. Und wenn überhaupt so über Phänomene gesprochen wird, wie Heike und so weiter, dann spricht man von einer neuen Rechten. Also ganz unspezifisch der Begriff des Neoliberalismus kommt da gar nicht vor im Diskurs tatsächlich. Und in der Situation schon quasi den Weitblick zu haben, am Anfang von der zweiten Vorlesungsreihe sagt Foucault, wir beschäftigen uns jetzt mit der Gouvernmentalität, die unsere Gegenwart bestimmt. Und sagt dann in den nächsten Schritt, das ist der Neoliberalismus des Nachkriegs Deutschlands. Sie können sich vorstellen, die Studierenden waren wahrscheinlich eher perplex, das zu hören. Nichtsdestotrotz, weil man sich wahrscheinlich gefragt hat, Neoliberalismus des Nachkriegs Deutschlands, was sind das für Leute? Und das ist tatsächlich der Ortoliberalismus, der extrem obskur ist. Und damals schon relativ obskur war und es auch bis vor kurzer Zeit noch immer war. Und den Foucault geradezu in den Mittelpunkt stellt, seine Analyse des Neoliberalismus und sagt, da finden tatsächlich die Innovationen statt, vom Liberalismus hin zum Neoliberalismus. Also höchst interessant, will ich einfach nur sagen und für die Zeit eben einfach sehr ungewöhnlich. Und diese Vorlesungen kommen erst viele, viele, viele Jahre später raus. Auf Deutsch erscheinen die erst 2004 und haben dementsprechend eben auch für eine gewisse Furore gesorgt, weil man sich natürlich gefragt hat, wow, so viel Ortoliberalismus, was ist das? Ich sage es Ihnen, was ist das? Der Ortoliberalismus ist einfach so eine ganz frühe Schule, das Neoliberalismus, weil es wurde auch schon neoliberal gedacht, bevor es den Begriff quasi gab, also schon vor 1938. Und Foucault glaubt, dass die wesentliche Neuerung in der Regierungsweise folgende ist. Und da sehen Sie, der entscheidende Punkt oder die wichtige Punkte in der Frage der Gubermentalität ist immer wieder die Frage, was muss regiert werden und welche Attribute haben diese Objekte, die wir zu regieren haben, weil das natürlich Einfluss darauf hat, wie man sie effizient regiert und was die geeigneten Technologien oder Techniken des Regierens sind. So, und die entscheidende Neuerung in der Rationalität des Regierens sieht folgendermaßen aus. Vereinfacht ausgedrückt, stellen sich die Liberalen vor, exemplifiziert vor allem durch Adam Smith, wird vielen von Ihnen im Begriff sein, stellen sich die Dinge folgendermaßen vor. Märkte sind natürliche Phänomene, die entstehen natürlicherweise aus der natürlichen Veranlagung oder Neigung ist das bessere Wort, der Menschen, nämlich to truck, barter and exchange, wie es auf Englisch heißt, nämlich zu tauschen und zu handeln. Miteinander Tauschgeschäfte zu betreiben. Das ist eine ganz natürliche Veranlagung, deswegen gibt es nichts Natürlicheres, als dass Tauschmärkte entstehen, die vorgestellt werden als Schauplätze von Tauschgeschäften, die im gegenseitigen Interesse und in dem Sinne eben auch im allgemeinen Interesse stattfinden. Und diese Harmonie, die letztendlich auf diesen Märkten herrscht, könnte man sagen, wird stabilisiert oder ist prästabilisiert durch eine Art von natürlicher, wahrscheinlich letztendlich göttlicher Ordnung. Smith hat so deistische Vorstellungen, die unsichtbare Hand gibt so ein bisschen den Hinweis darauf, die letztendlich dafür sorgt, dass die Verhältnisse harmonisch sind auf diesen Märkten und alles zum Besten geordnet ist, weil es einfach eine natürliche Schrägstich göttliche Ordnung gibt. Und diese Vorstellung, von der wenden sich nun die Ordo-Liberalen und auch der Neoliberalismus insgesamt, aber die besonders prononciert, wenden sich davon ab, laut Foucault, und das kann man auch ein gutes Stück weit mitgehen, das Argument. Hier sieht es nun nämlich so aus, dass Märkte eben keineswegs natürliche Phänomene sind, sondern die müssen konstituiert werden und wieder die Bedingung der Möglichkeit von funktionierenden Märkten. Und wenn sie weiterhin funktionieren sollen, dann können sie nicht einfach auch so sich selbst überlassen werden, sondern sie müssen beständig reguliert und überwacht werden mit bestimmten Techniken, mit der Hilfe von bestimmten Techniken. Für die Ordo-Liberalen ist es vor allem die sogenannte Wettbewerbsordnung. Das bedeutet, sie intervenieren nicht diskretionär und willkürlich in irgendwelche Wirtschaftsprozesse, es gibt aber eine Rahmung für die Wirtschaft, wo auch immer so ein bisschen rumgeschraubt wird und auch immer wieder ein bisschen angepasst wird. Aber das ist die Vorstellung, weil wenn sie das nicht haben, dann haben sie Monopolisierungsprozesse und so weiter und die Logik des Wettbewerbs unterminiert sich quasi selbst, Entschuldigung, die Logik der Märkte unterminiert sich quasi selbst, weil, was bedeutet das, was könnte denn das Problem sein? Weil die Ordo-Liberalen glauben, Märkte sind nicht in erster Linie Schauplätze von Tauschgeschäften im allseitigen Interesse, es geht um Wettbewerb und es geht um Konkurrenz. Märkte funktionieren nur, wenn es effektive Konkurrenz und effektiven Wettbewerb gibt und das bedeutet, es muss Gewinne und Verlierer geben. Nur wenn tatsächlich Leute gewinnen können und auch tatsächlich verlieren können auf Märkten, funktioniert der Wettbewerb. Ansonsten haben sie alle möglichen Wettbewerbsvermeidungsstrategien. Das bedeutet, von einem natürlichen Markt, wo Tauschgeschäfte in relativer Harmonie stattfinden, haben sie die Verschiebung hin zu einem Markt, der künstlich ist und der in erster Linie als Schauplatz von einem konflikthaften Wettbewerb angesehen wird und der dementsprechend in einer ganz anderen Art und Weise eben der Regierung tatsächlich bedarf, wenn man Foucault glauben möchte. Und in dem Sinn nochmal, ich habe es hier unten nochmal festgehalten, aber ich habe es schon mehrere Male gesagt, in dem Sinn ist, der Neoliberalismus, würde ich sagen, ist eine Gouvernmentalität, eine Regierungsweise der Marktermöglichung. Und da gibt es unterschiedliche Variationen davon, aber das ist, glaube ich, so der gemeinsame Nenner. So, wie geht es weiter? Ah, wie viel Uhr ist es eigentlich? Gut, ich glaube, das haut von der Zeit her ganz gut hin. Ich hatte Ihnen gesagt, Macht, Wissen, Subjekt, tauchen immer wieder auf, auch eben im Zusammenhang mit der Gouvernmentalitätsperspektive. Und eine Möglichkeit, sich jetzt zu fragen, wie funktioniert eigentlich neoliberales Regieren, ist tatsächlich der Fokus auf das neoliberale Subjekt. Ich hatte es Ihnen gesagt, letztendlich muss es eine hinreichende Übereinstimmung geben zwischen einer gewissen Regierungsrationalität und ihren Annahmen darüber, wie sich der Gegenstand der Regierung verhält. Und das ist unsere Art der Selbstführung und der Fremdführung. Was das aber bedeutet, ist, dass Regierung immer ein Stück weit auch bedeutet Subjektivierung und Produktion von Subjekten mit bestimmten Eigenschaften. Und man kann sich unterschiedliche Techniken der Subjektivierung auch vorstellen. Ich glaube, man erklärt es am besten mit Verweis auf so einen Begriff wie Interpellation, der hier auch genannt wird, Anrufung. Und es ist die Frage, wie wir angesprochen werden, als welche Art von Subjekt wir von gesellschaftlichen Instanzen, mal ganz allgemein gesagt, angesprochen werden. Und so in der Tendenz als neoliberales Subjekt konstituiert werden oder wenn Sie so wollen, produziert werden. Foucault glaubt, wenn man die ordoliberale und auch letztendlich neoliberale Vorstellungen konsequent zu Ende denkt, über Märkte und über Wettbewerb, dann kommt man dahin, dass das Leitbild eigentlich ist, eine Gesellschaft von Unternehmen zu haben. Nur wo unternehmerisch gehandelt wird, haben Sie effektiven Wettbewerb und so weiter. So könnte man es auf jeden Fall herleiten. Und er glaubt, dass deshalb quasi der Zielpunkt ist eigentlich, des neoliberalen Regierens, ein neoliberales Subjekt, das Unternehmer seiner selbst ist und sich selbst als unternehmerisches Subjekt begreift. Und damit lässt sich, glaube ich, relativ viel anfangen. Und das ist auch so ein Topos, der in der Literatur recht ausführlich behandelt und diskutiert wird auch. Ich will Ihnen so ein paar Attribute vorstellen. Es geht natürlich um freie Subjekte. Wir sollen uns als frei empfinden, weil letztendlich ist ja die Idee, dass unsere Freiheit eben auch zu einer Art von Ressource werden kann. Wir sind produktiv, wir sind kreativ. Das geht nur auf der Grundlage von einem gewissen Maß an gewährter Freiheit. Wir kriegen nicht alles gesagt in der Art und Weise, wie wir unser Leben führen, aber natürlich auch, wie wir produzieren, wenn Sie an eine neoliberalisierte Arbeitswelt beispielsweise denken. Und ich kann natürlich letztendlich nur unternehmerisch sein, wenn ich tatsächlich auch ein gewisses Maß an Freiheit habe. Eng damit verknüpft, eine Vorstellung von Unabhängigkeit. Man ist von niemandem abhängig, man ist auch niemandem zu Diensten, aber Sie merken auch da schon, würde ich auch sagen, dass das neoliberale Subjekt ein sehr maskulinistisch kodiertes Subjekt ist, wenn Sie so die traditionellen Geschlechterkodierungen zugrunde legen. Da würde man sagen, das neoliberale Subjekt ist tendenziell eher männlich. Darüber hinaus ist es aktiv. Und natürlich, wir sollen auch aktiv sein. Das lässt sich bis in Körperbilder hinein verfolgen. Sie wissen, es ist heutzutage nicht gut, dick zu sein. Man muss fit sein, man muss schlank sein, man muss athletisch sein, man muss leistungsfähig sein auch in gewisser Weise. Und man muss vor allem aktiv sein. Wer will schon passiv sein? Wollen Sie passiv sein? Nein, wollen Sie natürlich nicht. Obwohl, man weiß ja nicht so ganz genau. Aber so grundsätzlich würde ich auf jeden Fall behaupten, dass wir eine stark positive Konnotierung haben, wenn es um Aktivität geht, in jeder Hinsicht. Und dann sind wir noch mal bei der Frage, was ist denn eigentlich unternehmerisch? Was genau soll das denn eigentlich nun bedeuten? Ich glaube, da geht es um einerseits eine gewisse Risikoaffinität, die Bereitschaft, Risiken einzugehen. Aber ich glaube, der entscheidende Punkt ist, ich glaube, bei Schumpeter ist sogar die Formulierung so, es geht um Findigkeit. Und da sehen Sie, dass wir letztendlich mit einem rationalen, nutzenmaximierenden Subjekt zu kurz greifen, eigentlich für das Subjekt des Neoliberalismus. Weil es geht nicht darum, bestimmte Möglichkeiten, Gelegenheiten rational zu nutzen, auszunutzen. Nein, es geht darum, Gelegenheiten da zu finden und zu schaffen, wo sie sonst niemand sieht. Darum geht es tatsächlich. Und in gewisser Weise, ja, diese Freiheit, die Sie haben, die müssen Sie nutzen als Unternehmer. Der Silicon Valley sagt, thinking outside of the box. Das ist die Idee des unternehmerischen Handelns. Nicht einfach nur Dienst nach Vorschrift, auch quasi als Vorsteher von irgendeinem Unternehmen. Sie müssen Gelegenheiten schaffen und finden. Das ist es, worum es geht. Und das ist auch was, was letztendlich nicht, das kann man nicht lernen, möglicherweise auch. Es ist vielleicht einfach eine Sache von Praxis und Routine. Es gibt kein Rezept dafür, wie gesagt, das ist ein gewisses, schönes Equal. Oh Gott, jetzt schnell weiter zum nächsten Punkt. Weil da sind wir auch gleich bei der Gegenbewegung. Weil Risikoaffinität ist eine gute Sache und so weiter. Aber Sie sollen kein Spieler sein. Sie sollen kein Hasardeur sein. Sie müssen auch vorausblickend und vorsichtig sein. Sie müssen Vorsorge betreiben in jeder Hinsicht. Denken Sie an Ihre Rente, denken Sie an Gesundheitsvorsorge etc. Das wird auch alles von Ihnen verlangt. Da sehen Sie auch die Spannungen, die in diesen Anrufungen drinstecken. Weil dieses neoliberale Subjekt ist nicht monolithisch und ist nicht spannungsfrei. Sondern da gibt es Tendenzen oder Anforderungen, zwischen denen man auch durchaus mal zerrissen werden kann. Und letzter Punkt natürlich. In dem Maße, in dem Sie Freiheit haben, sind Sie auch verantwortlich für sich selbst. Und das ist Ihnen natürlich klar. Der Top-Rest der Eigenverantwortung ist ein durchaus wichtiger unter neoliberalen Vorzeichen. Aber auch darüber hinaus. Aber da steckt einiges drin. In dieser Responsibilisierung, sagen die Foucauldianer. Also Verantwortlichmachung ist aber ein etwas komischer Begriff. Letztendlich auch. Aber was drinsteckt, ist natürlich ein Pfeil. Und Eigenverantwortung, klar. Also wie gesagt, Sie sind auch dafür verantwortlich, dass Sie am Ende auch noch Ihres Lebens irgendeine Art von Rente beziehen. Weil die gesetzliche Rente das doch alles nicht mehr so richtig reißt. Sie sind auch ein Stück weit dafür verantwortlich, dass Sie gesund bleiben. Sie müssen zur Vorsorge untersuchen, eine bestimmte Alte. Auch sonst ist ein gesunder Lebensstil natürlich anzuraten tatsächlich. Ansonsten sind Sie vielleicht irgendwann nicht mehr so aktiv und können auch nicht mehr so frei und unabhängig sein. Aber was hinzukommt, und was oftmals ein bisschen unterschlagen wird bei dieser ganzen Sache mit der Eigenverantwortung, ist natürlich auch noch mal eine Art von sozialer Verantwortung. Und das denkt man nun nicht in erster Linie sofort beim Neoliberalismus. Aber wenn Sie daran denken, wenn es gerade um solche Sachen wie Gesundheitsvorsorge geht, auch wenn es um solche Fragen wie Beschäftigung geht, beispielsweise die sozialen Sicherungssysteme, was da ja eingefordert wird, ist, dass wir für uns selbst sorgen und für uns selbst verantwortlich sind, damit nicht andere für uns verantwortlich gemacht werden und wir nicht anderen auf der Tasche liegen, sozusagen, damit wir nicht die Solidargemeinschaft in irgendeiner Art und Weise beschweren. Deswegen sollen Sie nicht rauchen, weil es sonst einfach viel Geld kostet für die Gesundheitssysteme. Und Sie sollen ordentlich in Ihr Humankapital investieren, damit Sie später einen Job kriegen und nicht die ganze Zeit in der Arbeitslosenversicherung oder auf Hartz IV hängen. So ist der Diskurs in etwa. Und da geht es nicht nur darum, Sie anzurufen und bei der Ehre zu packen und zu sagen, übernehmen Sie mal für Ihr eigenes Leben Verantwortung, weil es fühlt sich auch gut an. Also der Aspekt, den gibt es ja auch noch. Diese Vorstellung, jeder ist seines Glückes Schmied und Sie haben Ihr Leben selbst in der Hand, das ist Freiheit und Verantwortung, aber es geht auch immer noch darum, uns zu sagen, und wenn du es eben nicht machst, dann hast nicht nur du den Schaden. Denk an die ganzen anderen Leute, die du damit auch noch beschwerst in gewisser Art und Weise. Und dann haben Sie ein Subjekt, das eben sowohl im Erfolg als auch im Scheitern einfach komplett für sich selbst verantwortlich ist. So, und nun haben wir auch schon beinahe das Ende erreicht. Ich glaube, das könnte sogar von der Zeit her gut hinhauen. Was ist jetzt da drin kritisch? Das kann man sicher fragen. Und ich weiß nicht, für diejenigen, die Sie werden das vielleicht nicht unbedingt mitgekriegt haben, in den Foucault-Kreisen gibt es so seit zwei, drei Jahren eine mehr oder weniger spannende Diskussion. Ich will da gar nicht viel drüber sagen, in der es darum geht, ob Foucault denn eigentlich wirklich als Kritiker des Neoliberalismus zu verstehen ist oder ob er nicht vielleicht einfach ein versteckter Sympathisant sogar des Neoliberalismus ist, als einer neuen, innovativen Regierungsweise. Ja, und es gibt so eine wundervolle Szene, können Sie sich angucken, auch tatsächlich, gibt es online. 2013 war das, glaube ich, Sie haben es vorhin gesehen, Gary Becker ist 2014 verstorben und im hohen Alter hat sich Gary Becker mal mit François Ewals, ein ehemaliger Assistent von Foucault, und Bernard Arcour, damals noch an der University of Chicago, Rechtstheoretiker vor allem, aber auch Foucault-affin, sagen wir so, man hat dem Gary Becker die Vorlesungen von Foucault über Gary Becker zu lesen gegeben und dann hat man sich zusammengesetzt und darüber diskutiert und dann sagt Gary Becker so, ja, also ich finde es eigentlich ganz treffend zusammengefasst, also mein Denken von Foucault und ich kann aber auch eigentlich keine Kritik daran erkennen. Und das ist schon recht bezeichnend natürlich und viele Leute haben das unter anderem zum Anlass genommen, zu sagen, ja, weil es möglicherweise eben auch gar nicht als Kritik gedacht war, das, was in diesen Vorlesungen formuliert wird. Und dann gibt es so weitergehende Argumentationen, die sagen, ja, und der Foucault ist ja auch selbst so ein bisschen staatskritisch und so und spricht ja immer so von der Mikrophysik der Macht und vielleicht gibt es da so eine Konvergenz in gewisser Weise und außerdem ist er auch ein bisschen kritisch gegenüber dem Sozialstaat als Normalisierungsmaschine, wenn Sie so wollen und deswegen gibt es doch möglicherweise da auch so eine versteckte, mehr oder weniger versteckte Affinität. Wie gesagt, ich will da gar nicht so viel dazu sagen, weil ich glaube, es ist letztendlich keine hilfreiche Diskussion, weil letztendlich, was von Foucault verlangt wird, also wie gesagt, ich will es eben auch nicht dadurch aufwerten, dass ich jetzt in jedem einzelnen Punkt das widerlege, ich glaube, es kann ganz gut widerlegt werden, aber was von Foucault verlangt wird letztendlich, ist ja so eine ganz klare Positionierung und eine ganz klare Verurteilung des Neoliberalismus. Und man sagt, warum hat denn ihr einmal in diesen ganzen Vorlesungen gesagt, dass das falsch, schlecht und problematisch ist oder so. Und da muss man natürlich sagen, das hat er bei den ganzen anderen Gubermentalitäten, die über die letzten zwei Jahre behandelt wurden, auch nicht getan und deswegen ist er wahrscheinlich auch kein Verwechter des Polizeistaats, nur weil er sich nicht klar davon distanziert hat. Aber das ist eine andere Geschichte. Worauf es mir eigentlich ankommt, ist natürlich schon der Kritikmodus sozusagen. Und das ist ein Evergreen. Tatsächlich schon zu Foucaults Lebenszeiten war das ein sehr umstrittenes Thema, insbesondere auch Leute aus Frankfurt haben sich hervorgetan mit vielfältigen Kritiken an dieser Form von Kritik, die sich nämlich weigert, und das stimmt nun einfach mal, die sich weigert, für ihre Kritik klare, normative Argumente und Gründe anzubieten. Wie man in Frankfurt sagt, die normative Grundlage oder das normative Fundament fehlt. Und wenn Sie sich das angucken, wenn Sie sich die Vorlesungen angucken, das stimmt. Und das können Sie zum Beispiel auch auf das übergeordnete Thema beziehen, nämlich die Staatsanalyse. Vergessen Sie nicht, wir sprechen nicht einfach nur über Neoliberalismus. Das Ganze sollte dazu dienen, Staatlichkeit zu analysieren. Und Sie hören von Foucault kein Wort jemals über so eine Frage wie Legitimation oder so. Es geht auch nie über Demokratie beispielsweise. Bei den zwei Vorlesungsreihen über Staat kein Wort über Demokratie, obwohl irgendwann mal in der analysierten Zeit das auch mal eine Rolle spielt. Aber es ist tatsächlich die Weigerung oder die weitestgehende Weigerung, normatives Vokabular ins Spiel zu bringen. Und das gilt eben sowohl für die Analyse von Staatlichkeit als auch für die Analyse des Neoliberalismus. Also ist die Frage, was kriegen wir überhaupt da? Was für eine Art von Kritik ist das? Und dazu werde ich sicherlich auch nicht das letzte Wort sagen, aber ich will Ihnen meinen Vorschlag unterbreiten, zumindest, was wir kriegen. Erstmal sind die Modalitäten der Macht. Und wenn wir über Europa gesprochen hätten, dann hätte ich es, glaube ich, noch besser erläutern können. Aber vielleicht kommen wir noch mal im Laufe der Diskussion darauf zu sprechen. Es geht um die Funktionsweise von Macht. Und das ist gar nicht so trivial, genauso wie es nicht trivial ist, was denn nun eigentlich regiert werden soll. Auch Macht funktioniert auf unterschiedliche Arten und Weisen, nutzt bestimmte Techniken und eben nicht andere. Und das tatsächlich auch auf der Mikroebene, durchaus auch auf der Makroebene, aber auf der Mikroebene zu analysieren, ist ein sozusagen kritischer Gewinn dieser Art von Analyse. Denn nur, wenn wir verstehen, wie bestimmte Machtmechanismen funktionieren, lässt sich dagegen auch in einer sinnvollen Art und Weise Widerstand leisten. Hinzu kommt noch, und das sollte eigentlich dem schon vorgelagert sein, hinzu kommt noch der Hinweis darauf, das sind immer historische Arbeiten. Das verweist schon darauf, dass eben diese Mechanismen der Macht und Funktionsweisen der Macht eben nicht in Stein gemeißelt sind. Ist auch nicht notwendigerweise so. War schon anders, kann auch wieder anders sein. Auch das ist natürlich eine Relativierung quasi dessen, was so ein transformatorisches Potenzial auf jeden Fall zumindest mal eröffnet oder denkbar erscheinen lässt. Zweiter Punkt, Wissen und Machteffekte. Da würde ich sagen, dass diese Foucault-Analyse uns zumindest aufträgt. Sie macht das teilweise auch selbst, kommt darauf an, welches Werk man anschaut. Aber es geht darum, das Wissen auf seine Machteffekte hin zu befragen. Das ist eine sehr foucaultianische Formulierung wahrscheinlich. Aber worum es geht, ist doch einfach eine Analyse der Techniken der Wissensproduktion, die dann von so großer Bedeutung werden für unterschiedliche Regierungsweisen. Wenn Sie bedenken, wie viel von dem, was getan wird politisch, einfach auf irgendeine Art von Wissensproduktion und wissenschaftliche Wissensproduktion beruht, das sind alles Sozialwissenschaften, das sind alles Humanwissenschaften. Denken Sie an die Wirtschaftswissenschaften, denken Sie an die Volkswirtschaftskläre, die von unglaublicher Bedeutung ist für zumindest das politökonomische Regieren. Und da muss auf jeden Fall, da muss nachgehakt werden, da muss nachgefragt werden, was sind das denn für Verfahren, wie hier wirtschaftswissenschaftliche Wahrheiten produziert werden und wie sind die hinterfragbar und wie wird hier auch Wirklichkeit konstruiert, in der Art und Weise, die ja nicht unbedingt stimmen muss. Das ist ja nicht, das ist alles nicht in Stein gemeißelt. Letzter Punkt, was kostet es uns, neoliberal regiert zu werden? Das klingt schon unglaublich ökonomistisch und auch so ein bisschen neoliberal, aber es ist auch eine Formulierung, die man bei Foucault so findet und der quasi uns eine Bilanz aufmachen will und der sich fragt, welchen Preis bezahlen wir, um uns als neoliberale Subjekte zu konstituieren? Und ich hatte Ihnen vorhin schon so ein bisschen versucht, so darzulegen, dass uns einiges aufgebürdet wird, ohne jetzt gleich ein großes Mitleid mit uns zu verfallen. Aber die Verantwortlichmachung tatsächlich und diese widerstreitenden Imperative auch, auf der einen Seite muss man die Chancen beim Schopf ergreifen, wenn sie nicht sogar selbst erschaffen. Man muss findig sein, man muss eine gewisse Affinität für Risiken aufweisen, aber gleichzeitig eben auch vorsichtig sein, diszipliniert, vorausschauend etc. und dann eben doch nicht zu verrückt sein. Und diese Art von Subjekt, die kann man darauf befragen, was es uns eben kostet, so zu sein. Und das bedeutet nicht, und das ist hier nur ein ganz wichtiger Punkt, dass das von dem Standpunkt von einer anderen Art von Subjektivierung gemacht wird, die nun uns überhaupt nichts kosten würde, sozusagen. Es gibt keine Emanzipation im ganz großen Stil, im Sinn von einer Machtfreiheit oder einer Art von Subjektivierung, die uns eben ganz kostenfrei stellt, sozusagen, um in dieser Metaphorik zu bleiben. Aber wir können immer noch das eine gegen das andere stellen und wir können auf jeden Fall immer uns noch fragen, ob es nicht auch anders sein könnte, ob es nicht andere Arrangements gibt. Und das klingt vielleicht nicht so weitreichend, aber letztendlich muss man, glaube ich, sagen, es hat doch einen gewissen Charme, nämlich dahingehend, als Foucault uns Beschreibungen liefert, von denen wir einfach sagen können, ja, das spricht mich als problematisch an, und nicht, weil du mir jetzt schlagende Argumente geliefert hast, normativer Natur, wo ich aufgrund meiner Vernunftbegabung letztendlich sagen muss, stimmt, so sehe ich es auch, sondern, weil ich einfach der Meinung bin, weil ich das einfach auch so sehe, aber das bleibt den Subjekten überlassen. Und in dem Sinn hat es meiner Ansicht nach einen gewissen Charme und ich glaube zuletzt, und das ist tatsächlich der Abschluss, und ich glaube zuletzt hat es insofern auch einen gewissen Charme, als Foucault es sich eben mit dieser Art von Kritikmodus eben auch versagen kann und es nicht machen muss, den Neoliberalismus in Bausch und Bogen zu verurteilen, aufgrund von strikt normativen Gründen, sondern sich es einfach anguckt und auch die Ambiguität und die Ambivalenz des Neoliberalismus so auch in den Blick kriegen kann. Und möglicherweise ist es ja eine ganz produktive Art und Weise, damit umzugehen und eher noch als die sterile Denunziation, weil möglicherweise könnte er vielleicht sogar irgendwas davon lernen, von dieser Regierungsweise. Und jetzt sagen Sie, der hat schon viel zu viel Neoliberalismus gelesen wahrscheinlich und geht schon zur sunkenen Seite über. Und ich sage allein, dass wir das denken, es ist ein Problem, weil vielleicht ist ja auch nicht alles falsch da dran und vielleicht vergeben wir uns doch was, wenn wir immer das Gefühl haben, uns erstmal davon distanzieren zu müssen und immer erstmal vorauszuschicken, der Neoliberalismus ist schlecht. Was haben wir davon? Nur das Wissen, dass wir auf der richtigen Seite stehen. Dankeschön.